Hi, ich bin Martin von UT. In diesem Video zeige ich euch, wie ein Gates Carbon Drive Riemen aufgebaut ist und aus welchen Bestandteilen er besteht. Ein Riemensystem am Fahrrad ist bekannt für hohe Laufleistung auch unter widrigsten Bedingungen. Diese Eigenschaften werden durch einen perfekt aufeinander abgestimmten Materialmix erzielt. Der Riemen besteht im Grundsatz aus drei einzelnen Bestandteilen. Das Herzstück bildet dabei der spezielle Carbonfaserzugstrang im Inneren des Riemens. Zehn parallel laufende, hochfeste Faserstränge führen zu einer enormen Zugfestigkeit bei gleichzeitig extremer Längenstabilität. Diese erzeugt eine konstante Vorspannung über die gesamte Lebensdauer des Gates Carbon Drive Riemensystems. Ein Nachspann des Riems ist somit nicht nötig. Die extrem biegsamen Carbonfaserzugstränge ermöglichen dem Riemen der neuesten Generation eine Gegenbiegung und somit auch die Verwendung eines Riemenspannersystems. Bei den CDX-Riemen bestehen sowohl die Zähne als auch der Riemenrücken aus hochfestem Polyurethan. Dieses Material verbindet sich optimal mit den Carbonfaserzugsträngen, ist chemisch beständig und extrem verschleißfest. Die Zahnflanken des Riemens sind zusätzlich mit einem Nylongewebe versehen. Diese farbige Nylonfläche des Riemens ist kein Verschleißindikator, sondern eine im Produktionsprozess benötigte Schicht. Zwei zusätzliche eigenständige Merkmale machen das Gates Carbon Drive System so erfolgreich. Zum sorgt für die perfekte Führung des Riemens auf den Riemenscheiben und ermöglicht eine optimale Performance bei allen Fahrsituationen, auch unter widrigsten Bedingungen wie Schnee, Sand und Schlamm. Mit dieser Mittelstegführung wird ein Ablaufen des Riemens verhindert. Zum anderen die spezielle Form der Zähne mit einem optimierten Zahnprofil. Der große Vorteil liegt hier in der Spannungsverteilung im Zahn bei hohen Kräften. Im Vergleich zu einem linearen, konventionellen Zahndesign verteilt sich die effektive Spannung bei dem sogenannten nicht-linearen Design auf das gesamte Zahnprofil. Diese Eigenschaft verhindert frühzeitige Spannungsrisse und ermöglicht eine hohe Laufleistung. Diese Eigenschaften und Besonderheiten sind das Erfolgsrezept des Riemensystems von Gates Carbon Drive und machen es zu einem der robustesten und langlebigsten Antriebssysteme der Fahrradindustrie. Bis zum nächsten Mal, euer Martin von UT.